Er hat mich übers ohr gehauen. Jemanden übers ohr hauen significa engañar a alguien. Por ejemplo, vender algo que no vale mucho para un precio muy alto o vender algo que no funciona. Er hat mich übers ohr gehauen. Er hat mich übers ohr gehauen. Er hat mich übers ohr gehauen. ¿Qué expresión utilizas tú en español para decir que alguien te ha engañado? Er hat mich übers ohr gehauen. Er hat mich übers ohr gehauen. Er hat mich übers ohr gehauen.